Otto, sind wir hier auch richtig? Ich nehme nur eine kleine Abkürzung, ganz im Ernst. Oh, Mrs. Krabappel, Mrs. Krabappel! Wenn ich noch ein einziges Wort von dir höre, lasse ich dich zur Strafe vor der ganzen Klasse singen. Ich rapp euch was vor. Oh nein. Du singst unser Brunnen vor dem Tor, alle neun Strophen. Bloß das nicht. Ich glaube schon, dass du singen wirst, Barzimson. Ja, Barzimson, wir sorgen dafür, dass du singst. Jetzt reicht's, Bart. Warum kannst du dich nicht benehmen wie, äh... Wie dir, Mrs. Krabappel? Wie Sherry und Terry. Nimm dir an ihnen ein Beispiel.